Ey, Mann, das sind doch UK Professional Batterien. Warum nimmst du denn die? Ey, Mann, ey, weil die UK Professional lang hält. Das ist das Einzige, was für mich zählt. Äh, und, äh... Und jetzt abgaben. Ja, war ja nur ne Frage, ne. UK Professional. Jetzt sogar ganz ohne Quecksilber.